Aha, 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 okay, das muss hier, das muss die Planen. Oh, ein Enderman, was sucht der hier, es wird noch kein Ausschrank gemacht, es gibt noch nichts zu saufen, es gibt noch kein Punsch und kein Glühwein zu trinken. Und da wird schon der Teig, sehr schön, da kommt eine Etage oben drauf. Und auch hier noch so, Sekunde. Das ist dann so, da können Sie sich dann draußen dran hinstellen an Tische. Und draußen hinter der Taverne noch ein bisschen, wenn es nicht allzu äsig ist draußen, gemeinsam feiern. In der Raucherecke kann man auch sagen. Oder halt auch, wie meine ich, so viele Raucher da sind. Ein Außenbereich. So, ich denke jetzt hiermit beim Bombenstemmen zu Ende. Dann unterbreche ich das jetzt erstmal. Meine Aufnahmepause. Um die Videos zu schneiden. So, hübsch. So, hübsch. Eins zu früh. Eins zu hoch. Und ich strebe, liegt das daran, dass der Musik lauscher. Da hat wirklich eine tolle Playlist. Hm. Echt true. Unkonzentriert beim Bomben. Sehr hübsch. Und dann noch die Außen-Spieze hier. Ich denke da kommt dann eine neue Etage oben drauf. Wie machen wir das hier innen? Also außen, im Außenbereich. Mhm. Mhm. Das muss natürlich auch ausgekleiden sein. So machen wir das. Wirklich. Wirklich? Ja. Wie machen. Wirklich? ari. Wirklich? Dcerever. Sie haben einen Kasperl retour. Our daughterICH. Salinger. Wirklich? Wirklich? So, hier mal hübsch machen, sieht man dann auch von unten, auch wenn da noch eine Etage drauf kommt, und wundervoll. So, hier mal hübsch machen, hier mal hübsch machen, hier mal hübsch machen, hier